Am Samstag bekommen wir in Deutschland Morgenfrost und Sonnenschein und wir sagen dir jetzt mal genau, wo du was finden kannst. Und zunächst mal ein Blick auf die Frühtemperaturen zeigt sofort, in Norddeutschland ist es frostfrei. Das heißt, hier ist Glätte definitiv kein Thema. In Süddeutschland, da haben wir eben leichten Frost zwischen 0 und teilweise minus 4 Grad punktuell. Hier besteht die Gefahr entweder von Reifglätte oder gefrierender Nässe. Gefrierende Nässe deshalb, wir hatten ja am Freitag diese Kaltfront, die durchgezogen ist, die Straßen nass, die Wolken reißen dann in der Nacht auf und dann geht es unter Null. Das ist eine gefährliche Mischung, also es kann durchaus sehr, sehr rutschig sein am Samstagmorgen bis in den Vormittag rein. Dort, wo Nebel zu finden ist und das ist zumindest in manchen Flusstälern und Niederungen Süddeutschlands oder hier im äußersten Westen der Fall, da kommt dann punktuell auch noch Reifglätte dazu. Hier sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde praktisch überall in Deutschland die Sonne scheinen am Samstag. Das liegt daran, dass hier nur die hohen und mittelhohen Wolken dargestellt sind. Die tiefen Wolken kann man hier nicht gut sehen, das schauen wir uns gleich nochmal auf einer anderen Karte an. Deswegen wird es nicht so perfekt sein, wie es hier auf den ersten Blick aussieht. Denn im gesamten Norden und vor allem hier im Nordosten haben wir es doch mit dichten Wolken zu tun. Ansonsten am Samstagvormittag viel Sonne außerhalb der Nebelfelder, ansonsten eben teilweise auch längere Zeit grau. Das sind die tiefen Wolken und die Hochnebelgebiete am Nachmittag. Da sehen wir weiterhin im gesamten Nordosten Deutschlands eine eher graue Angelegenheit. Ganz im Westen und Süden deutlich freundlicher, aber punktuell auch hier weiter Nebel und Hochnebel. Aber insgesamt überwiegt hier der Sonnenschein. Im Nordosten tut es sich schwer, da kann sich die Sonne nur langsam durchbeißen. Deswegen hier auch teilweise nur ein bis drei Sonnenstunden, ansonsten über der Mitte und in Teilen Süddeutschlands sieben bis acht. Nur punktuell, wo sich der Nebel hält, natürlich auch weniger Sonne. Die Temperaturen überall deutlich über null, zwischen drei und sieben, ganz im Westen bis neun Grad.